Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Es ist wieder Donnerstag und natürlich haben wir uns wieder zu einer Folgenbesprechung der neuesten Folge The Boys zusammengefunden. Wir sind heute aber nur zu zweit. Andi ist irgendwie verschütt gegangen, hoffentlich nicht in einem ominösen Keller. Stu, du bist zum Glück da. Hallihallo. Ja, hallo. Hallo Johannes, hallo ihr da draußen. Ja, ich glaube auch, dass Chef Andi gerade seiner Chef-Cave ist und ich weiß nicht, was er da macht. Ich hoffe, er macht nicht so böse Dinge wie über die, die wir jetzt gleich reden werden. Das wäre schade. Ich bin Johannes. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir das wissen wollen. Aber was wir wissen wollen natürlich ist, wie du, wie ich, beziehungsweise ich hoffe, ihr wolltet wissen, wie uns die Folge gefallen hat mit dem Titel Schmutzige Geschäfte. Stu, wie fühlst du dich denn nach der Folge? Bist du sauber? Musstest du dich duschen oder bist du noch richtig dreckig? Also, ich bin eigentlich immer schmutzig. Das sollte klar sein. Aber ich habe die Sichtung wirklich ganz frisch abgeschlossen. Also, der Abspann flimmerte bei mir vor ungefähr fünf bis zehn Minuten über den Bildschirm. Und ich sage mal so, ich finde, beim letzten Mal hatten wir auch genügend Potenzial oder Redebedarf. Aber nach der Folge habe ich extrem Redebedarf. Ich weiß noch gar nicht, ob ich die Folge jetzt richtig gut oder richtig schlecht fand. Aber auf jeden Fall passiert einiges. Obwohl tatsächlich, ich glaube, die Folge, wenn es hochkommt, drei oder vier Handlungsorte hat, oder? Ja, das stimmt. Ich meine, wir waren ja letzte Woche auch alle so ein bisschen ernüchtert. Auch wenn ich immer noch sagen würde, das ist ja immer noch The Boys Niveau. Also, es war auf keinen Fall eine schlechte Folge. Aber vielleicht eher so eine, ne, es ist so ein bisschen, was passiert. Jetzt passiert deutlich mehr. Und ich glaube, die Folge profitiert davon, wie die, was sage ich denn, vorvorherige Folge, dass es einen großen Handlungsort gibt und mehrere kleine und nicht dieses sehr zersplitterte, oder? Ja, definitiv. Also, man kann sagen, es gibt so eine Art narrative Klammer. Und zwar ist es halt eben auf der Farm mit Kessler und Butcher und diesen Wissenschaftler. So beginnt die Folge und so endet die Folge auch. Und dazwischen haben wir ganz, ganz viel, ich möchte sagen, Politik und ein bisschen sexuelle Obsession. Also alles, was Spaß macht. Schmutzige Geschäfte eben. Bevor wir jetzt tief reingehen in die Folge, sagen wir natürlich nochmal fette Spoiler-Warnung. Also schaut euch die Folge vorher an, bevor ihr hier uns zuhört. Oder hört uns einfach so zu, warum auch nicht. Es ist hoffentlich auch so unterhaltsam. Vielleicht starten wir einfach direkt mit dieser narrativen Klammer. Weil du, du hast es ja, also du hast es predicted und du lagst ja nicht falsch. Nee, also, ähm, hier nochmal kurz zur Erklärung, was unsere Recaps sonstig gehört hat. Wir versuchen das immer so in Blöcken abzuhandeln. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal um den Billy Butcher und Joe Kessler-Blog. Und der beginnt halt, wie gesagt, in der Farm. Wir haben uns vielleicht noch Erinnerungen gerufen. Die letzte Folge endete damit, dass Butcher diesen einen Wissenschaftler, ähm, seinen Tod fingiert hat. Ihn an dem das Bein abgeschnitten hat. Denn warum nicht? Und er möchte jetzt halt eben, dass dieser Wissenschaftler ihm ein Virus erschafft. Dieses Virus soll halt Homelander töten. Und am Ende der Folge kämen wir zurück und wir erfahren zum einen, dass es zwar dieses Virus gibt oder man kann es erschaffen. Das hat aber ein großes Problem. Es wird halt nicht nur Homelander töten, sondern jeden Zug, der damit in Berührung kommt. Und da es halt eben über Duft übertragbar ist, kann man sich vorstellen, dann wird das wirklich ein reinrassiger Genozid. Das führt dazu, dass Billy ein Gespräch führt mit Kessler, der auch anwesend ist, sein ehemaliger CRL-Kumpel. Und es kommt dann am Ende raus, das, was wir, glaube ich, ich bin mal nicht der Einzige, der das getippt hat, dass Kessler genau wie Billys Ex-Frau nur imaginiert ist. Das heißt quasi, es ist sein Teufelchen und er möchte Butcher jetzt klar machen, ey, pass auf, du wirst von diesem Virus auch Leute töten dir, die dir nahestehen. Zum Beispiel Starlight und auch deinen eigenen Sohn oder den Sohn deiner Frau. Aber es muss getan werden. Und mit dieser Enthüllung, ja, werden wir so ein bisschen rausgeschmissen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, dass die Serie ein bisschen zu sehr so den großen Reveal-Moment da zelebriert, weil ich fand's dann irgendwie dann doch schon ein bisschen arg offensichtlich. Und ich merke gerade auch so, was die Resonanzen im Internet angeht, dass viele Leute auch sagen so, Leute, das ist halt ganz nett, aber es ist jetzt nicht der größte Plot-Riss aller Zeiten. Oder siehst du das anders? Ja, ich glaube, da ist vielleicht so ein bisschen das Nachteil, dass es in Anführungszeichen so spät passiert. Das hätte, glaube ich, einfach vorher passieren können. Also ich meine, wir haben jetzt ja noch ein paar Folgen vor uns und jetzt wissen wir das und jetzt kann man damit ja noch mehr spielen. Also jetzt kann quasi die Figur des Joe Kessler, der vorher so ein, ja, natürlich auch schon irgendwie ein harter Agent war, der irgendwie bereit ist, viel zu tun, jetzt kann er ja in Anführungszeichen richtig abdrehen und tatsächlich irgendwie nochmal krasser sein als Butcher. Und ich meine, es haben ja vielleicht auch aktuell Serien generell so ein Problem, dass irgendwelche Twists kommen, wo das Fandom doch irgendwie das schon vorher herausgefunden hat. Ich meine, wir alle denken an die erste Staffel von Ringe der Macht, wir denken vielleicht aktuell an die The Acolyte-Serie. Da gibt es einige Reveals, wo ganz viele schon gedacht haben, ja, das ist halt schon irgendwie doch offensichtlich. Ja, ich finde es halt in der Hinsicht nur schade, weil ich glaube, wenn du es relativ früh offenbart hättest, dass Kessler nur, ich nenne ihn mal einfach das Teufelchen von Butcher. Ja, seine Ex-Frau ist das Engelchen und er ist das Teufelchen. Hättest du damit ja ganz viel machen können, also auch schon alleine eine Spannung erzeugen können durch diese Ambivalenz, durch die Butcher halt durch muss, weil er halt eben diese zwei Personen da hat, die ihm halt Brat schlagen. Und ich glaube, ich hätte das letztlich spannender gefunden, als so wie wir es jetzt gemacht haben, dass dieser Kessler alle zwei Folgen mal für zehn Minuten reinkommt und ihn so ein bisschen auf die böse Seite leitet, sag ich mal. Also da muss ich sagen, das ist eine vertane Chance, aber letztlich ist es nicht so wild. Er war ja auch noch, also er war ja auch nicht krass genug. Also ich meine, Jeffrey Dean Morgan hat unter anderem Negan in The Walking Dead gespielt oder halt den Comedian in Watchmen, was ja wirklich ikonische Rollen sind, die auch also alle Regeln gebrochen haben und einfach, glaube ich, auch einfach Eindruck hinterlassen haben. Und bis jetzt muss man sagen, ja, also Joe Kessler ist jetzt nicht so die krasseste Figur. Gut, bei The Boys haben wir natürlich aber auch sehr, sehr, sehr viele krasse Figuren. Ja, wobei, was ich noch gerade interessant fand, ist, dass er dann als Kessler Butcher enthüllt, dass er nur imaginiert ist, sagt er ja sowas wie, und ich war auch derjenige, der Ezekiel getötet hat. Also wir haben uns ja immer gefragt, was ist da wohl passiert und anscheinend hat dann Kessler die Kontrolle über Billys Körper übernommen und so wie ich es verstanden habe, kannst mich gerne korrigieren. Wir haben es ja in den vorigen Recaps immer so als Butcher Venom bezeichnet, dieses Ding, was in seiner Stirn da rumkreucht und fleucht und wahrscheinlich auch umbringen wird. Aber ist vielleicht einfach ein Kessler, dass der dann auch irgendwann mal wirklich seinen Körper übernimmt und ihn steuert und was glaubst du? Ist Kessler der Venom von Butcher? Ja, ist eine gute Frage. Also aktuell würde ich immer noch sagen, das ist irgendwie so eine, also natürlich ist es erstmal so eine wahnhafte, wahnhafte Darstellung halt von einer Figur, die er ja offensichtlich nicht retten konnte. Also die haben ja eine Vergangenheit, die beiden. Und hier ist die Frage, geht das in Richtung, weiß ich nicht, schizophrene Persönlichkeit, das wird ja glaube ich auch immer gerne in Filmen und Serien hergenommen, wenn man sowas macht. Aber ich, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das, was Butcher in sich hat, irgendwie eine eigene Persönlichkeit hat, sondern eher, wenn das quasi aus, weiß ich nicht, kann man so sagen, Selbstschutz quasi diese Figur dann übernimmt, weil das Sachen sind, die Butcher sich dann doch irgendwie nicht traut zu machen, weil er, wir haben es ja in der letzten Folge gesehen, doch auch ein Herz hat. Ja, wobei er in den paar Auftritten, die er jetzt in Folge 6 hat, schon echt, also abgefuckt aussieht. Der sieht wirklich krank aus. Der sieht richtig durchdurch aus, ja. Ähnlich wie Chef Andi gerade wahrscheinlich. Grüße. Oder hoffentlich nicht. Mal schauen. Nächste Woche wissen wir mehr. Nächste Woche machen wir zwei Recaps. Einmal zu The Boys und einmal zu, wo war Chef Andi? Was ja super spannend ist bei diesem Handlungsstrang ist, dass, du hast es schon angesprochen, ne? Der Wissenschaftler sagt, das ist nur möglich, wenn, also ne, dann wird das Gift so stark, dass wir halt alle umbringen, weil es halt über die Luft übertragbar ist. Das ist ja tatsächlich super spannend, weil jetzt Butcher vor eine Wahl gestellt wird. Ist er bereit, also was überwiegt jetzt quasi, sein Hass auf die Soups und auf Homelander oder doch irgendwie seine, seine Liebe, Zuneigung für, für den, ja, für den Jungen von Homelander, beziehungsweise ja von seiner Ex-Frau? Ja, es ist, also, was ich interessant finde, dass so, wie ich Butcher kennengelernt habe, war das ein Charakter, dem hätte ich schon in der ersten Shuffle zugetraut, dass er das macht, dass er echt alle Soups einfach töten lässt. Und jetzt mittlerweile durch diese, ja, durch diese Imagination von seiner Ex-Frau bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Also, sie bauen jetzt schon natürlich so einen inneren Konflikt, glaube ich, auf, was ganz, ganz spannend ist. Aber, ich muss sagen, ich fände es, glaube ich, interessanter und spannender gewesen, wäre es für mich, wenn es der Butcher aus den ersten zwei, drei Staffeln war. Weil der war noch irgendwie, so blöd es klingt, aber noch ein bisschen, äh, abgefuckter. Ja, irgendwie, weil der für den gab es halt nur geradeaus und jetzt durch diese, durch seine tote Frau, die ihn immer reinredet, hat er noch so eine, so eine Alternative immer mit dabei. Mhm. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie dieses Auflösen, weil ich finde aktuell ganz schön, dass die anderen, äh, Boys und, äh, Girls der Truppe das noch nicht wissen. Weil dann wäre es so dieses typische, sie sind quasi die Guten und Butcher ist irgendwie der Böse, der die radikalen, ähm, Mittel nutzen möchte und jetzt muss er das noch mit sich selber, äh, ausfechten. Ja, ja. Und ich, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Butcher auch vielleicht, also der wird uns auf jeden Fall noch bis zum Ende der Serie erhalten bleiben. Ja, aber ob er dann überlebt, das wage ich zu bezweifeln. Für mich ist der ein guter Kandidat, um einen heldenhaften Tod zu sterben. Noch einmal dann schön so in die Kamera rufen, ihr Fotzen und dann ab in den Untergang. Das sehe ich bei Butcher. Ja, das sehe ich auch so. Also einerseits würde ich sagen, ich glaube, The Boys funktioniert ganz schwer nur ohne Butcher. Mhm. Und gleichzeitig wäre es unglaublich inkonsequent, ihm in seinem aktuellen Zustand irgendwie noch überleben zu lassen. Das wäre, weiß ich nicht, das wäre so ein bisschen feige. Ja. Komplett irgendwie raus, ein paar Paracetamolz gefressen, ein bisschen Vitamin C und jetzt ist alles wieder gut. Globuli. Globuli. Globuli, genau. Genau. Wobei, ähm, was ich halt auch sagen muss, dafür, dass am Ende dieser große Reveal kommt und halt eben auch die Neuigkeit, dass dieses Virus halt komplett tödlich wäre für alle Soups, das ist tatsächlich für mich nicht der größte Oh-Home- oder Aha-Moment gewesen in dieser Folge. Nee, fand ich auch. Ich fand, da gab es noch eine andere, stärkere Szene. Bevor wir dahin kommen zum großen Handlungsstrang, lass uns vielleicht noch kurz über einige, ja kleinere Sachen reden. Ja. Weil in der letzten Folge ist ja der Vater von Yui gestorben und wir sehen noch eine kurze Szene, wo, ja also, es ist so eine Comic-Relief-Szene, wo halt Yui mit seiner Mutter und den anderen eine, eine Stadt, eine ganz besondere Stadtführung macht, um die Asche von seinem Vater zu verstreuen. Wie fandest du das? Ich fand's wirklich echt süß und liebenswert, wenn er mit seiner Mutter da diese Asche verstreut und sind halt bei so einer, bei so einer Filmtour, das heißt, sie werden so zu den Handlungsorten oder Drehorten von bekannten Filmen und da sein Vater halt eben Manhattan North Story so mochte, wird dann ein Teil seiner Asche am Set, in Anführungszeichen Set, von Manhattan North Story verstreut. Und das war wirklich, das war wirklich süß. Das war, das hatte mit der Folge an sich wirklich gar nichts zu tun. Es war ein netter Einstieg so ein bisschen, gerade weil ja eben im Prolog diese, diese harte Sache mit, mit die Butcher halt drin war, war das wieder ein bisschen aufheiternd. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich mittlerweile schon frage, welche, warum ist die Mutter da? Ist es wirklich so, dass vielleicht Simon Pegg gesagt hat, Leute, ich kann nicht hier immer für euch den Vater spielen, bitte schreibt mich raus. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe, dass sie mit der Mutter noch irgendwas vorhaben, weil wenn die aktuell nur dafür da ist, quasi den Platz von Yuis Vater einzunehmen, wäre das ein bisschen schade. Aber das ist im Prinzip das Einzige, was ich da vielleicht erwähnen könnte bei dieser Szene. Ach ja, und Starlight ist auch dabei und wird angeschrien, dass halt eben hier erborschenes Mörder und solche Sachen und das wird auch nochmal kurz aufgegriffen. Aber an und für sich eine, aus meiner Perspektive vielleicht auch eher unnütze Szene, aber es war echt ganz, sie war süß. Das waren wirklich zwei Minuten, einfach nur Cuteness, wie es auch schon heißt. Ja, fand ich auch, das war ein super schöner Bonding-Moment zwischen Yui und seiner Mutter, auch wenn ich, ich bin beide, ich bin super unschlüssig, was sie mit der Figur noch machen. Also ich meine, wir sehen ja im Laufe der Folge, er findet jetzt sozusagen wieder zurück und sagt, er muss sich jetzt in die Arbeit stürzen, auch wenn das, was Traumabewältigung angelegt, auch bei ihm ja offensichtlich nicht die beste Idee ist. Und es ist halt die Frage, war es das jetzt mit der Mutter, weil ja auch so ein bisschen, sie verlässt ja wieder die Stadt, damit sie, ich weiß gar nicht, verlässt sie die Stadt oder plant sie das? Weißt du das noch gerade? Also ich habe es so verstanden, dass sie plant, die Stadt zu verlassen, aber also da würde mir auch wirklich irgendwie fehlen, dass man sieht, dass sie abreißt, weil dafür ist sie dann schon gerade für Yui jetzt zu wichtig, als dass man sie jetzt einfach sagt, so okay, sie ist jetzt weg. Ja, das stimmt auch gerade nach so einer Szene, da hast du recht. Wow, normalerweise wird mir selten recht gegeben, ich mag dich Johannes, du bist mein neuer Lieblingspodcaster, mach weiter. Traumhaft. Dann lass uns vielleicht noch ganz kurz über die anderen Mitglieder der Boys reden, weil, also Frenchy sehen wir hier gar nicht, der hat sich ja in der letzten Folge gestellt und befindet sich jetzt im Knast, Überraschung, weil er Leute umgebracht hat. Kimiko versucht ihn halt zu besuchen, aber er möchte keine Leute sehen und MM, ja, struggelt mit seiner Rolle so ein bisschen und hat halt Panikattacken und macht sich Sorgen, ja auch vielleicht, also ich würde sagen so ein bisschen, was die Motivation angeht, was kann er für ein Vater sein, wie kann er abseits von diesem aufopfernden Beruf irgendwie noch ein Leben haben? Ja, und das kommt ja dann nochmal im Laufe der Folge zurück, dass dieser Stress, die ausgesetzt ist und was auch wichtig ist, er, ich glaube tatsächlich, A-Train nähert sich immer weiter den Boys an, weil es gibt ja auch ein Gespräch relativ zu Beginn der Folge zwischen Mother's Milk und A-Train. Und, äh, da erfährt halt Mother's Milk, dass Coleman, also dieser Moderator, der ja in der letzten Folge von den Boys, äh, Quatsch, die Boys, von den 4-7, nicht mal, äh, gelünscht worden ist, dass der nicht der, ja, Verräter war. Das, ähm, also, beziehungsweise, ich hab's jetzt falsch erzählt natürlich, Mother's Milk erfährt, dass Coleman ermordet worden ist, das wollte ich damit auch sagen, sorry. Ja, genau. Ja, ich mein, das ist halt auch, das sind so kleine Handlungsstränge, die wahrscheinlich einfach wichtig sind für Sachen, die noch passieren, weil, das ist halt wieder, ne, dieses typische, man muss so ein bisschen, man muss es so ein bisschen am Laufen halten. Ja, also, wir sehen auch natürlich auch so, so Einspieler, Firecracker, die davon spadroniert, dass irgendwie jüdische Space Laser und Skirre machen sollen und solche Sachen, das ist halt schon ganz amüsant. Auf der anderen Seite, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und dann mal recherchiert, dann findet man ganz schnell auch wirklich Leute, die das wirklich mal so gepostet haben, zwar ohne Ironie und ohne Sarkasmus, sondern wirklich als ernstzunehmende Schlagzeile und dann wird einem dann schon ein bisschen anders. Ja, das, es gab in der Folge so ein paar Momente, wo ich dachte, das ist wieder sehr nah an unserer Welt und es gibt auch wirklich einen Moment im Speziellen, wo ich dachte, genau so kann ich es mir vorstellen, läuft es gerade auch hinter den Vorhängen der Macht, abends, nenne ich es mal. Aber dazu später mehr. Auf jeden Fall. Ich fand auch die Szene mit Firecracker, die ist irgendwie auf den ersten Blick total drüber, weil man denkt, ja genau. Aber da haben wir, glaube ich, in Anführungszeichen den Vorteil, dass wir nicht in den USA leben und wie hier noch, noch eventuell oder hoffentlich, dass es nie passiert, andere Diskurse führen und nicht solche, ja wirklich krass absurden, populistischen, in Anführungszeichen, Nachrichtenformate haben. Ja, ja. Es ist halt irgendwie schon amüsant, aber wenn man sich dann genau damit beschäftigt, ist es echt sehr traurig und auch ein bisschen, ja es wirkt mittlerweile fast schon ein bisschen bedrohlich, wenn man sich denkt, dass so ein Schwachsinn so eine Macht entfalten kann. Naja. Weiß ich aber eigentlich schon immer, also ich glaube, wir würden sagen, schon immer eine Qualität von The Boys war, einige in Anführungszeichen Fans merken es ja jetzt, diese Vermischung von dieser absurden Komik, die einem dann doch häufig im Hals stecken bleibt, wenn man merkt, uh, nee, da steckt dann leider doch mehr hinter. Ja, ja und in der Folge ist es wieder so, dass es wirklich Momente gab, wo ich dachte, das ist so übertrieben und ich finde es irgendwie ganz witzig und dann eine Minute später kommt so ein Moment, wo ich dachte, Alter, das ist gerade wirklich hart und ich finde, dass das härteste, in Anführungszeichen, war tatsächlich für mich gar keine Übertreibung im Bereich der Filmgewalt oder der Sexualität, sondern wirklich ein Moment, zu dem wir dann gleich nochmal kommen, wo, ähm, Homelander von einer, ich möchte sagen, Investorin seiner Politik, äh, was Schönes zu hören bekommt, das, äh, das, wie gesagt, wir nähern uns, glaube ich, dazu, pü a pü diesen Momenten, äh, ich glaube aber, welche Figur wir jetzt mal kurz erwähnen könnten, weil die ja auch wichtig ist in dieser Folge, ist eine Figur, die ich meine in der ersten oder zweiten Folge der vierten Staffel schon, wie ihr Video Videospiel so leicht angeteasert worden ist, nämlich, Überraschung, es gibt im The Boys Universum ein Spider-Man, nämlich Webweaver. Wusstest du von dieser Existenz? Nee, äh, überhaupt nicht. Ich hab ja auch die ganz, also ich hab nie die Vorlage oder sowas gelesen, deswegen kann ich da auch, äh, gar keinen Vergleich machen. Es ist auf jeden Fall die, ja, also, wenn man dieses Klischee des abgefuckten Onkels nimmt, das nochmal, äh, krass überspitzt, dann hast du ihn, würde ich sagen, oder? Ja, ja, also Webweaver ist wirklich, äh, der ist drogensüchtig, Heroin, nehm ich an, und Malvas Milk sucht ihn auf, und, äh, möchte, also, dieser Webweaver ist ja eingeladen zu diesem Treffen, äh, von Wort, und, äh, der Plan ist halt einfach, das Kostüm dann von ihm zu nehmen und Jui da reinzuschicken, was ja dann jetzt ja auch klappt. Äh, Problem ist aber, dass Webweaver ja auch irgendwie, äh, ein potenzieller Sidekick für Tech Knight ist. Ja, ähm, ähm, das war auch eine, also, ich, ich wusste halt nicht, wohin die Reise mit Webweaver geht, ähm, fand's aber dann schon stellenweise auch ganz spannend, weil wenn er dann, also, wenn Jui da als Webweaver in dieser Veranstaltung rumläuft und er dann auch Victoria Newman trifft und man weiß ja schon, dass sie eben schon mehr als einmal ausgesmartet hat, war ich dann schon überrascht, dass es zumindest die meiste Zeit niemandem auffällt, dass er nicht wirklich Webweaver ist. Der Name ist auch sehr toll, Webweaver. Das stimmt, genau, es ist die Frage tatsächlich, gerade bei der Szene mit Newman, ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht gecheckt hat, weil ich bin mir bei ihr auch immer noch unsicher, das ist ja schon das Spannende, dass sie ja ganz eigene Ambitionen hat, da müssen wir später auch nochmal darauf eingehen, es gibt da noch eine sehr zentrale Szene zwischen ihr und Sage, ähm, aber sie ist ja, also sie ist schon irgendwie versus the Boys, aber auch versus Homelander, das ist super interessant, deswegen bin ich gar nicht sicher, ob sie nicht gecheckt hat, dass es nicht Webweaver ist und es einfach für sich behalten hat. Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie es nicht gecheckt hat, weil ich glaube, dieses Treffen war zu wichtig, ich glaube, dann hätte sie irgendwie interagiert, um irgendwas aufzuhalten, weil ich glaube, dass ja die Boys jetzt, wie gesagt, er konnte die Wanzen anbringen und ich glaube, dass die Boys jetzt auch ein paar Informationen haben, die, glaube ich, ähm, da wäre es besser gewesen, wenn sie sie nicht hätten. Also ich, ich, ich schließe das nicht aus, dass sie, dass sie Newman wusste, dass es Huey ist, aber ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Bevor wir jetzt, äh, ganz tief in die, äh, Party reingehen, vielleicht noch einen ganz kleinen Schlenker, wo ich sagen würde, das ist bis jetzt erstmal die unnötigste Szene der Folge. The Deep, äh, und Black Noir haben, führen ein kleines Gespräch, weil der neue Black Noir, der nur ein Schauspieler ist, keinen Bock mehr hat und, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Musical lieber machen möchte. Äh, äh, ja, ja, genau, und, ähm, man merkt halt auch so ein bisschen, also ich, dieser Chase Crawford, der den Dieb spielt, der macht das ja wirklich toll. Ja. Und der hat auch immer, der hat so eine, so eine Gravitas, so eine komödiantische Gravitas, egal was der Dieb macht, der könnte einfach nur in der Ecke stehen und popelt, ich fände es, glaube ich, amüsant. Und deswegen habe ich nichts dagegen, wenn sie, auch wenn sie letztlich nichts für ihn haben, ihn zumindest für ein paar Minuten mal so durch dieses Bild laufen lassen. Ähm, ich glaube, dass hier ein bisschen was aufgebaut wird, was vielleicht in den späteren Folgen noch wichtig wird, nämlich, dass der neue Black Noir einfach nicht so seinen Platz findet und das wird hier nochmal sehr offensichtlich gemacht. Und ich finde, dass der Dieb halt wirklich eine Sache ganz klar macht, nämlich, er sagt ja, Violence ist Power. Er gibt ja wirklich diesem neuen Black Noir nochmal zu verstehen, was eigentlich, ne, wer eigentlich hier der König ist. Ähm, und das fand ich nicht uninteressant. Ich finde zwar, dass es jetzt, also wenn jetzt in Black Noir noch in den letzten zwei Folgen irgendwie besonders wichtig werden würde, finde ich es ein bisschen seltsam, weil dafür haben die zu wenig Aufwand betrieben für diese Figur. Aber so als leichten komödiantischen Snack, der vielleicht auch noch ein bisschen Tiefe besitzt, äh, habe ich es eigentlich ganz gut gefunden, was da mir geliefert worden ist. Und wie siehst du es? Ja, voll. Also gerade für The Dieb, also das ist auch so eine Figur, wie du sagst, also die hat ja, ich, 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 die ist ja einfach nur noch da und versucht irgendwie klar zu kommen und irgendwie zu überleben mit, 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 mit seiner geheimen Freundin. Ähm, aber sonst weiß die Serie irgendwie nicht so viel mit ihm anzufangen, aber es ist immer unterhaltsam oder auch manchmal auch nochmal so ein, so ein Schlag unter die Magengrube und ich glaube auch diese Serie braucht The Dieb irgendwie immer. Also dass die Figur immer mal auftaucht und man denkt, ja natürlich ist der auch noch da, warum auch immer. Also gefühlt in, also wäre das so ein, so ein sehr, weiß ich nicht, kompakt aufgebautes Drehbuch, hätte man den schon längst umgebracht und gesagt, den braucht man nicht. Aber es ist super, es ist einfach gut, dass der da ist, weil man immer denkt, ne, es ist ja auch mal noch dieser Gag, ne, Chase Crawford als ehemaliger Teenie-Star da aus Gossip Girl ist jetzt so ein, also natürlich ist das immer noch ein gut aussehender Mann, aber diese Figur, diese Rolle ist ja, der ist ja einfach nur furchtbar. Ja, wobei, was ich auch noch interessant finde, ist, dass Black Noir ja auch in dem Gespräch sowas sagt, wie dass er, dass Killing is horny oder sowas ähnliches sagt er ja auch. Also der scheint ja auch durchaus Gefallen daran zu finden, wenn er mal Macht ausüben kann. Ähm, das könnte vielleicht auch noch interessant werden, aber wie gesagt, ich hätte nicht Probleme, aber ich fände es halt schade, wenn jetzt Black Noir in den nächsten zwei Folgen noch kommt, wichtig wird, weil dafür, ne, haben sie dann doch zu wenig Aufwand betrieben. Total. Dann lass uns jetzt, ähm, bevor es horny geht, bleiben wir erstmal über im Keller. Also, bei Tech Night, bei Tech Night findet eine Party statt, wo unter anderem die, äh, Seven auch auftauchen, auch wenn man ja sagen muss, ne, es sind aktuell immer noch nur sechs. Mhm. Und, ähm, diverse, äh, PolitikerInnen, Wirtschaftseliten, LobbyistInnen, was auch immer. Und, ähm, da wird einiges, äh, ja, taktiert besprochen, wie, du hast ja schon gesagt, dass dir eine Szene besonders gefallen hat. Wie fandst du denn allgemein erstmal die Idee, ja, dass diese Eliten sich, äh, zusammen mit den Zubs, äh, zusammenfinden? Mhm. Ich fand's echt gut dargestellt, weil du hast, allein dieser Kontrast, du hast diese meistens weißen älteren Herren im, äh, Jackett und daneben hast du halt Homelander in seiner Homelander-Kostümierung und, äh, Sister Sage, die da auch mehr gelangen, weil da das andere, als andere, als eines andere da rumsitzt. Ähm, und ich finde es einfach so toll, diese, diesen einen Moment, wenn, äh, also dazu kommen wir ja noch gleich, dass Sister Sage ein Problem hat. Das müssen wir gleich nochmal ausführlicher behandeln, aber dass Homelander halt eben ohne sie jetzt erstmal zurechtkommen muss und er dann so eine Rede hält und dann einer von diesen Investoren eben halt ganz klar, save the boogeyman shit for the people, wo halt ganz klar ist, dass die was anderes interessiert. Und ich glaube tatsächlich, dass genau das auch abläuft, wenn irgendwie solche Treffen bei Donald Trump ist, tut mir leid, aber ich hab da komplett Homelander ersetzt durch Donald Trump, der, glaub ich, auch so gleich denkt, ne? Weil für die Homelander gibt es halt nur so, ja, und dann machen wir das und dann machen wir das und, ja, ja, aber Wirtschaft und wie sieht es im Militär aus und so, ne? Oder was wir auch bei der, ich will das mal politisch, bei der AfD sehen, weißt du, die auch größere Töne spucken, aber wenn du das Wahlprogramm an siehst, die haben halt absolut gar keinen Plan. Das ist Homelander in dem Moment. Und das fand ich sehr schön, weil diese Leute wissen eigentlich, wie schlecht Homelander für, für das Land ist, aber für sie ist es halt unglaublich profitabel, weil sie können mit ihm halt unglaublich viel Reibach machen. Und das, das fand ich, war eine wirklich starke Szene, auch weil Homelander so, auch mal wieder damit konfrontiert wird, ja klar, du kannst dir alle Leute weglasern, aber du bist trotz allem nicht die mächtigste Person in diesem Raum. Das hat mir gefallen. Voll, er ist halt so einer, ne? Er sieht nur seine Perspektive, er ist offensichtlich nicht der Hellste, er hat überhaupt gar keine Ahnung von Politik, von Wirtschaft, von irgendwie Gesellschaftskonstrukten etc. pp. Da weiß er einfach gar nichts von. Er kennt halt, also er gibt ja auch Sinn, ne? Er wurde da irgendwie aufgezogen von Wort und manipuliert etc. pp. und versucht jetzt irgendwie seinen, seinen Machtkomplex da auszuleben und checkt dann, also er ist dann ja wirklich aufgeschmissen, weil Sage, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, halt ausgenockt ist und völlig aufgeschmissen ist und dann springt ihm Newman halt zur Seite. Also, das ist ja super spannend, die, ja, ich weiß nicht, ob man auch so, also sie wurde ja mal, würde ich sagen, so als diese junge, neue Art von Politikerin auch in der Serie dargestellt. Vielleicht auch so ein bisschen an, ne? Das haben wir einige Figuren bei den, bei den Demokratinnen und Demokraten, die ja so, ne? Neuer Politikstil, junge Leute, so ein bisschen dynamisch, die hier jetzt aber ganz klar auch eigentlich auf Kurs ist halt die Frage, ne? Ist einfach Kalkül macht Kalkül und auch das dringt bei ihr komplett durch. Ja, äh, und vor allem Newman hat, sagt ja auch nochmal so schön, the masses are fucking stupid, also die Massen sind einfach unglaublich dumm und bezeichnet ja auch Firmen als wahre Superhelden und als wahre Superkraft und dann kommt ja diese Szene dann, wo sie diese Rede hält, zu dieser Wanze unterm Tisch und da war mir schon irgendwie klar, okay, ich glaube, sie hat wirklich Yui nicht wahrgenommen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Victoria Newman glaubt, dass es eine gute Idee ist, dass die Boys das jetzt auf Band haben, was sie gesagt hat. Das stimmt, das stimmt. Was das Geniale an dieser Szene ist, finde ich, auch nochmal diese Verbindung von, also, ne, es wird ja ganz viel Faschismus irgendwie thematisiert, Populismus, also auch dieser Kulturkampf, aber hier haben wir halt die Verbindung zum Kapital, also ich meine, wir sehen das ja aktuell in Argentinien, was der neue, ich weiß gar nicht, ob es Ministerpräsident oder wie genau da die, die Funktion da heißt, der ja komplett den Staat abbaut. Das ist auch so eine Trump-eske Figur, der halt auch mit so Wahlkampf gemacht hat und da alles zerschlägt und halt wirklich der Wirtschaft quasi freie Bahn macht. Also diese Verbindung von Populismus und Wirtschaft, die wird hier super aufgezeigt. Ja, definitiv. Und, ähm, ich hab irgendwo jetzt auch wieder gelesen, dass es jetzt wieder Leute gibt, die jetzt sich beschweren, dass The Boys mit dieser aktuellen Folge wieder so politisch geworden ist und ich frage mich erneut, Leute, habt ihr die anderen Folgen in der letzten Staffel nicht gesehen? Also, ich finde jetzt nicht, dass die da jetzt mehr oder weniger machen als früher. Nee, überhaupt nicht. Ich finde, sie werden, also ich glaube, was halt jetzt auffällt, die Bezüge werden deutlicher. Also so eine Figur wie Stormfront, eine Alt-Nazi-Superheldin, ist nochmal irgendwie abstrakter als halt so ein Haufen tatsächlich Wirtschaftsbosse, die in abgewandelter Form quasi auch in unserer Realität stattfinden. Oder halt auch irgendwie PolitikerInnen, die halt Macht wollen etc. pp. Also, ja, das ist dadurch, aber natürlich, das war immer schon ultra politisch. Das ist irgendwie natürlich super absurd. Ich meine, auch diese Verbindung, ne? Die AfD, wenn man uns anguckt, was hat die für ein Wahlprogramm? Die bevorzugt ultra, also reiche Leute. Also das ist ganz absurd, was auch, ne? Wer wählt die AfD? Viele Leute werden nicht davon profitieren, falls die jemals an die Macht kommen sollte. Ja, ja. Aber warum macht, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das wird, glaube ich, in so einem Nebensatz erwähnt, ist, dass der ein Erdger aus dem Knast ist. Homeländer erwähnte so, dass der jetzt anscheinend entlassen worden ist. Ich habe nicht ganz verstanden, ob er damit meinte, er ist entlassen, knick, knack, weißt du, Zinker, Zinker ist geflohen, weil wir haben ja gesehen, dass, als wir das letzte Mal gesehen haben, dass sein Fahrer den Kopf verliert hat, oder ob er wirklich offiziell aus dem Knast ist. Wie hast du das wahrgenommen? Also ich hätte jetzt auch gedacht, auch nach dem Motto, was wir gesehen haben, dank ihr, also dank Newman, weil sie hat ja den Kopf platzen lassen, konnte er sozusagen fliehen. Und ich habe das Gefühl, Homeländer wollte so ein bisschen sie auschecken nach dem Motto, wie reagiert sie, aber sie ist natürlich viel zu intelligent für ihn, als dass sie sich da irgendwie in die Karten blicken lässt. Ja, man muss auch sagen, es kommt ja auch diese, diese, mehrere Szenen, wo du siehst, dass Newman sich auf diesem Treffen auch echt langweilt und sie redet ja dann auch ein bisschen mit Sister Sage und ja, das ist auch ein interessantes Gespräch. Zumindest dann, wenn wir dann später nochmal auf Sister Sage treffen, die, soviel möchte ich hier schon mal anteasern, den größten Oho-Moment für mich hatte in der Folge. Auf jeden Fall, ich meine, das ist super spannend, also einfach diese Erkenntnis, die Sister Sage ja Newman mitteilt, als Frau musst du bestimmte Sachen machen, um überhaupt an der Macht zu kommen. Das ist ja wirklich ganz bitteres Kalkül in so einer Gesellschaft und auch, was für eine Figur sie ist. Das, also ich musste so ein bisschen vielleicht an Dr. Manhattan denken aus Watchmen, dieses, wenn du so intelligent bist und gleichzeitig, das kommt ja bei ihr noch dazu, so wütend auf die Gesellschaft, dann interessiert dich ganz viel überhaupt nicht mehr. Hm, ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, Sister Sage nimmt eine interessante Wendung. Die Frage ist, wollen wir zu dieser interessanten Wendung jetzt kommen oder wollen wir jetzt in den Keller erst? Was ist dir lieber? Ne, lass uns das durchmachen und dann gehen wir nach unten. Also, Huey wird in den Keller geführt und deswegen schnappen sich halt MM, Kimiko und Starlight, gehen in die Villa, um halt, okay, versuchen ihn zu retten. Und dabei treffen MM und Kimiko auf Sister Sage und nach einer kurzen, ja, Konfrontation, Diskussion, vermeintlich erschießt MM Sister Sage. Woraufhin sie, ja, wie geht es ihr? Was würdest du sagen? Also, das muss man kurz noch erwähnen, ich finde halt, dass man da das erste Mal merkt, welche Macht Sister Sage hat, weil MM hält sie halt in Schach mit der Pistole, mit Schalldämpfer und sie redet aber auf ihn ein und findet dadurch ganz schnell raus, wo seine Schwachpunkte sind. Und die haben ja schon am Anfang erzählt, dass MM Probleme hat, also irgendwas stimmt da mit ihm nicht und sie löst dann quasi eine Panikattacke bei ihm aus, aber er schießt trotzdem Feuer auf sie. Also, sie möchte halt diesen Alarmknopf erreichen und er trifft sie am Kopf und das war der Moment, wo ich dachte, okay, die haben jetzt einfach mal so Sister Sage aus der Serie genommen. Okay, das ist jetzt krass, das ist jetzt richtig krass. Und dann hatte ich mich schon wirklich gefreut, weil ich dachte, okay, das öffnet gerade so viele Optionen und dann im späteren Verlauf kämen wir nochmal zurück und dann ist dann noch ein Blutfleck auf dem Teppich, aber Sister Sage ist nicht mehr da. Und ich dachte mich so, hä, was haben die die jetzt versteckt, damit niemand merkt, dass die tot, hä, also ich hab, ich das wirklich mit so einem Moment, der, ich verstehe gerade gar nichts, vor dem Bildschirm. Und dann sehen wir aber, dass sie den Kopfschuss überlebt hat, allerdings hat sie wohl schwerwiegende Hirnschäden davon getragen, denn nach dem Schuss ist sie vermutlich nicht mehr die intelligenteste Person der Welt, sondern nur noch so ab und zu die intelligenteste Person der Welt, weil du merkst halt, wenn sie redet, manchmal kommt er noch so ein bisschen von der alten Sister Sage raus, aber die meiste Zeit wirkt sie wie ein gelangweiltes fünfjähriges Kind. Und ich fand es auch sehr schön, als Homelander gemerkt hat, dass bei Sister Sage nichts stimmt und er dann wieder auf sich allein gestellt ist, das fand ich sehr spannend. Und wie war es bei dir? Total, auch, also als er sie erschießt und dann umkippt, ich hab das auch, also das wird ja erst später aufgeklärt, wie es ihm geht, ich hab auch erst gedacht, okay krass, jetzt bringt er Sister Sage um und dann stirbt er, weiß nicht, Herzunfall, Klackernfall, whatever. Das wäre halt, also gefühlt hab ich gedacht, okay, jetzt bringen sie innerhalb von 30 Sekunden zwei relevante Figuren um, passiert dann ja, ich weiß nicht, in Anführungszeichen leider nicht, weil der Schockmoment wäre schon gut, ich bin gleichzeitig aber auch ehrlich gesagt so froh, dass Sister Sage weiter dabei ist, weil es so eine tolle Figur ist. Die Frage ist ja, wird das so bleiben mit ihr? Weil wir haben ja in der letzten Folge gesehen, da hat sie, hat The Deep Ear eine Lobotomie verpasst und dann war sie ja temporär, ja, sagen wir, vielleicht einen Ticken weniger intelligent als wir beide. Und es ist halt die Frage, also sie hat es ja, glaube ich, auch irgendwie kommuniziert, dass sich ihr Gehirn regenerieren kann, jetzt ist halt die Frage, kann sich ihr Hirn auch von diesem Schuss regenerieren? Vor allem ist die Kugel noch drin, das ist ja auch noch die Frage, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie in der nächsten Folge, dass es ihr vielleicht wieder besser geht oder aber, dass diese Kugel halt stört und dass sie vielleicht fehleranfällig wird, einfach, dass sie immer noch die Idee des Person ist, aber halt eben immer wieder Fehler vorkommen und das vielleicht dazu führt, dass, meine Theorie, jemand, der keine Geduld hat, nehmen wir einfach mal Homeländer, vielleicht dann doch dann Tabuda Rasammer macht. Ich kann es aktuell nicht einschätzen, ich muss halt sagen, dadurch, dass sie ihr jetzt den Kopf geschossen haben, haben sie halt wirklich sehr, sehr viele potenzielle Möglichkeiten aufgemacht, wie es weitergeht. Und haben diese Figur jetzt auch für mich wieder so ein bisschen spannend gemacht, weil ich sage das schon in den letzten Recaps, ich finde diese Superkraft, Intelligenz ist zwar nicht uninteressant, aber es ist oftmals auch so ein bisschen, wo ich denke, ja, aber wie willst du da die Grenzen setzen, ne? Und jetzt haben sie ihr ein Handicap gegeben und das könnte wirklich spannend sein. Und sie haben ihr ja auch nochmal eine wirklich deutliche Motivation gesehen, weil bis jetzt wussten wir das ja eigentlich nicht, was ihr, ja, also was sie wirklich will, weil sie ja eigentlich aktuell, also bis zu dieser Folge war es ja eigentlich okay, sie hilft Homeländer, wir wissen aber nicht warum. Und das haben wir jetzt auch erfahren, ich bin auch ganz bei dir, das wird jetzt super spannend, was mit ihr, was mit ihr gemacht wird, auch weil sie und Firecracker ja eine kleine Fede haben, nennen wir es so, und Firecracker ja gegen Ende der Folge schafft eine Beziehung zur Homeländer aufzubauen, die vorher nicht so da war. Ja, wobei ging es dir auch so, ähm, kurz, äh, erklärt, es gibt ja eine ganz kleine Szene, in der Starlight beim Einbruch von Firecracker erwischt wird und sie dann Firecracker halt, also betäubt oder ausschaltet, macht Schachmatz jetzt. Und am Ende, wenn es dann zu so einer Vis-a-vis-Situation zwischen Homeländer und Firecracker ging, dachte ich wirklich lange Zeit, okay, Homeländer ist angepisst, der wird ja jetzt mal nicht nur die Deviten lesen, der wird die jetzt kalt machen, ja, ähm, und war dann schon, nee, nee, nicht überrascht, bei Homeländer sind solche Sachen nicht wirklich überraschend, aber schon, äh, interessiert, wie es dann aufgelöst wird, weil für mich es jetzt so aussieht, dass zumindest was die, was den personellen Stand angeht, dass Firecracker jetzt die gleiche Wichtigkeit hat für Homeländer, wie ihn in der Staffel 1, ihn in Elisabeth Schuh hatte. Total, also Firecracker ist ja wirklich, die ist ja wirklich ein, ein, mehr als ein Fan von, von Homeländer, das ist ja für, für sie ist das ja ein, ein Idol, ein, ja, Gott quasi, ne, so, also das Wichtigste überhaupt. Genau, und sie macht jetzt eigentlich genau das, worüber Newman und Sage ja geredet haben, ne, sie, sie nutzt ihre weiblichen Reize, sie hat offensichtlich, wie auch immer quasi seinen Fetisch erkannt, dass er, äh, auf mich steht und das bedient sie jetzt und macht ihn damit sehr glücklich. Ja, und sie sagt ja auch irgendwie, dass es dafür Medizin und Drogen gibt, um das zu bewerkstelligen, ja, und, äh, ja, und es war ja, es war ja super spannend, dass er jetzt auf einmal, also, Homeländer hatte bis jetzt ja eigentlich nur ganz kaputte, also, ich würde auch sagen, die Beziehung zwischen ihm und Firecracker ist auch nicht die heilste, aber das, sie ist ja tatsächlich eine Figur, die ihn ja wirklich liebt, also, die ist ja, die ist ja wirklich begeistert von ihm und zwar nicht, weil sie Angst vor ihm hat. Das hat man schon, finde ich, bei ihm gemerkt, dass er nochmal aufgedacht hat, okay, das findet er auch schon gut, oder? Ja, weil, also, da komme ich auch nochmal auf die, diese Schuhe in der ersten Staffel, ich weiß gar nicht, wie ihre Rollenname hieß, also die, die Chefin von, von Wort, die war ja auch sehr renitent und konnte auch Homeländer in die Schranken weisen und hatte ja auch keine Angst vor ihm und das, ich glaube, das ist gerade das, was ihn erregt, also diese Muttermilch und dann auch dann, dass da jemand ist, der keine Angst vor ihm hat, das ist anscheinend genau sein Ding. Und dadurch hat, glaube ich, jetzt Firecracker auch wesentlich wieder mehr Macht über ihn und Kontrolle und das wird jetzt eben spannend, wie es jetzt nächste Ausgabe oder nächste Folge aussieht, halt mit Sister Sage. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ist halt die Frage, genau, kann sie sich wieder, wieder fangen und das dann irgendwie wieder in ihre Bahn lenken oder kriegt sie es nicht hin? Vielleicht kann man es auch so abkürzen, ähm, Firecracker ist, wenn es um Empathie geht, glaube ich, einfach besser aufgestellt als Sister Sage, weil der hält, der ist halt einfach egal. Ja, die ist da halt, also, sie ist in Anführungszeichen halt menschlicher, ne, weil sie, also, die hat Emotionen, die hat, ja, so. Es bleibt auf jeden Fall spannend, so und jetzt, glaube ich, können wir in den Keller. Jetzt, jetzt werden wir horny, ich meine auch, ich kann noch einmal hier auf die letzte Folge Ecolight verweisen, auch da gab es einige Diskussionen darüber, ob jetzt Star Wars endlich mal ein bisschen hot wird. Sagen wir so, The Boys geht natürlich viel mehr in die Vollen, weil wir finden heraus, als Tech Knight, ähm, Huey, verkleidet als, als Drogen-Spiderman, in den Keller führt, ist es nicht, also er nennt es auch die, seine, quasi, ne, das Äquivalent zur Bad-Höhle, es ist natürlich nicht einfach eine Superhelden-Höhle, ähm, was ist es, du? Ja, eine Lustgrotte, ein Sex-Dungeon, weil Tech Knight, äh, ist ein sehr sexueller Mensch, würde ich sagen, der auf Masochismus steht und Sadismus auch ein bisschen und das muss leider Huey recht schnell erkennen. Es fängt ja schon damit an, dass der ehemalige Sidekick von Web Weaver, äh, in, ja, rotem Latex gekleidet und mit einem Gag, äh, Maulkorb versehen an der Wand irgendwie hängt, das ist schon sehr seltsam und, boah, ich fand, also, es ist ja komplett übertrieben, was da gezeigt wird, aber mir tat Huey wirklich leid, weil ich immer dachte, boah, ey, der hat am Anfang der Folge noch die Asche seines toten Vaters verstreut am Set von Manhattan Love Story und jetzt ist er in so einem Sex-Folterkeller, der arme Kerl. Das ist auch ein ganz schmaler Grad, diese Szene, weil es Szenen gibt, das muss man sagen, die einfach schon irgendwie super lustig sind, weil dann kommt ja noch Ashley rein, die ehemalige, äh, Chefin, die ja eigentlich nichts mehr zu sagen hat und es auch fragt, ne, was, was, was macht sie danach? Ach, sie offensichtlich hat den, ja, also, ne, sie hat bedient den gleichen, ne, sie bedient den Fetisch, den Tech Knight und, äh, äh, Huey nicht haben und wenn sie ihn dann mit, mit der Feder an den Fuß, an die Füße kitzelt, muss ich sagen, also, es ist ja auch ganz furchtbar, ich bin auch relativ kitzlig an den Füßen, aber es ist halt auch schon ziemlich lustig. Ja, ähm, und was wir auch noch erwähnen sollten, äh, sie machen am Anfang der, was am Anfang der Folge, also, immer wieder so Hinweise darauf, dass Tech Knight vermutlich ein ziemlicher Rassist ist. Oh, ja. Also, auf der ultimativen Ausbeutung. Und auch da nochmal die klaren Bezüge, wie wirst du reich? Er ist der Erbste halt. Und, ähm, man muss auch sagen, dass dieser Elijah, also sein Alphid, auch nicht so glücklich aussieht. Der sieht eher danach aus, dass er schon echt viel Scheiße miterlebt hat in seinem Job. Im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Übrigens, das, das, äh, Save for the Stendaya. Ja. Klar, weil, ähm, also, ist ja nachvollziehbar, glaube ich, das ist auch, ja, aber wir, wir wissen, das heißt, Zendaya existiert im, im The Boys-Kosmos. Ja, das stimmt. Das, äh, stimmt. Da haben wir noch gar keine Gedanken gemacht, aber, okay. Hm. Ähm, ähm, aber kurze Frage, was hattest du denn für ein Gefühl, als jetzt Ashley da reinkommt? Denn, äh, ich fand, Ashley war lange Zeit eine der interessantesten Figuren für mich, weil sie immer so changiert hatte zwischen, sie tut mir unglaublich leid und sie ist halt letztlich auch selbst schuld. Aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass sie in dieser Staffel einfach keinen Platz für sie so richtig haben und sie immer so reinschieben, wo es halt gerade so passt. Und so amüsant dieses Fußkitzel-Ding auch war. Ähm, es ist halt schon so, dass ich das Gefühl habe, dass Ashley letztlich wirklich keine wichtige Rolle mehr hat. Und sie eigentlich, so hart ist es und so schade ich es finde, aber nicht mehr wirklich notwendig ist für die Serie. Nee, sie ist halt so ein Comic-Relief-Charakter geworden. Das ist so ein bisschen, ich, ich hab heute so ein bisschen mit, mit, mit Star-Wars-Vergleichen um mich. Ich mein, wir hatten in Episode 7 General Hux, der da diese faschistische Rede gehalten hat und Episode 8 wird er nur noch zum, zum, zum Witz-Charakter degradiert. Was, würde ich auch sagen, würde legitim war. Und das wird mit hier ja, mit ihr ja eigentlich auch gemacht. Macht. Und vielleicht ist das Einzige, also ne, sie hat ja alle Macht verloren und das Einzige, was ihr dann noch, ja, quasi dieses Machtgefühl bietet, ist halt der Sexkeller von Tech Night. Ja. Äh, vielleicht noch eine andere Frage dazu. Wie bevorzugst du deine Schokotorten mit, frutz oder ohne? Ich glaube, das ist, äh, relativ klar. Obwohl, ich habe noch nie, ich hoffe, ich hoffe, ich habe noch nie eine vollgefurzte Schokotorte, äh, zu mir genommen. Wann hast du denn Geburtstag? Ich würde sagen, wir wechseln ganz schnell das Thema. Okay. Also, äh, falls ihr wirklich dieses Recap hört und die Folge nicht gesehen habt, warum auch immer, äh, Verrückte gibt es überall, sei kurz erklärt, dass, äh, einer der ersten Kings oder Fetische, den Yui ausgesetzt ist, da soll er sich mit dem nackten Arsch auf eine Schokotorte setzen und dann auf die Tochter pupsen. Und das ist schon sehr weird und, aber wer halt The Boys kennt, weiß, das ist nur der Startpunkt zum, zum Weird Festival. Und ja, es kommt dann noch ein bisschen mehr. Ist halt alles, also schon konsequent auf diese überzogene Art, ne? Sozusagen hinter diesen, hinter diese vermeintlich auch konservativen Machtelite, weil das finden wir ja auch da oben, ne? Das sind ja erzkonservative und wirtschaftsliberale Leute, die irgendwie, ne? Es gibt dann ja auch einen Politiker, der Newman zu brabbelt mit, nein, wir müssen Abtreibung verbieten. Aber natürlich, hinter den verschlossenen Türen passieren dann quasi die perversen Dinge, ne? Das ist ja auch nichts, nichts Neues. Ja. Trotz, trotz allem mag ich meinen Batman lieber ohne King, muss ich ganz klar sagen, ähm, und es war auch nur eine Frage der Zeit, bis halt Tech Knight, äh, merkt, dass es Yui ist, weil ja Tech Knight irgendwie einen super Geruchssinn hat und irgendwie die Körpersprache richtig gut lesen kann. Äh, und ja, dann wird halt eben Yui enttarnt und dann zeigt Tech Knight so richtig sein wahres Gesicht, denn dann gibt's so Sachen wie zum Beispiel, äh, always the same holes are boring, let's make some new holes and fuck it. Und holt dann dieses obligatorische Folterbesteck halt raus, ähm, aber ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte nie wirklich Angst um Yui, weil der hat halt diese Hauptrollen, äh, Amor und klar wird Yui noch einiges erleben müssen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt, äh, Gefahr laufe, meinen Yui zu verlieren. Oder war's bei dir anders? Nee, dafür haben sie ihn, also, das wäre natürlich schon irgendwie, äh, irgendwie radikal, ihn quasi jetzt, also das wäre wirklich, er kriegt, er verliert seinen Vater, ist völlig durch, wird dann, äh, sexuell gefoltert, quasi vergewaltigt, das wird ja auch später, äh, thematisiert, wenn dann alles aus ihm herausbricht, was er da alles erdulden musste. Und dann bringen sie ihn um, das ist dann doch, glaub ich, zu, zu bitter für, für diese Serie, die ja doch dafür einfach zu unterhaltsam ist, so hart sie sonst ist. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, aber man muss auch sagen, dass es, sie macht halt einen guten Job, weil irgendwann kommen halt dann Starlight und Kimiko halt, äh, in diese, in diesen Keller rein und retten halt Yui kurz vor knapp und dann wird das Spiel halt umgedreht. Und ich finde es ganz amüsant, dass da die Frage aufkommt, okay, äh, Tech Night ist ein Masochist, wie soll man bitte einen Masochisten foltern? Und dann halt eben sich dieser Sidekick im roten Latex freimacht und dann wird halt ganz klar, okay, die Schwachstelle, oder seine Schwachstelle ist halt sein Geld. Und ich liebe einfach diesen Moment, wenn sie einfach so Millionenbeträger zu irgendwelchen Kreikathemenorganisationen halt spenden und er jetzt, nein, nein, nein. Und gerade, wenn sie dann sagen, okay, hunderte Millionen an Black Lives Matters und du siehst so, wie ihm alles aus dem Gesicht fährt, so, das ist so der letzte Unterstrich für, ja, er ist ein Rassist. Das fand ich sehr amüsant. Total. Also das sind natürlich, das ist natürlich irgendwie ein einfaches Ziel und ich glaube oder hoffe, dass wir es wunderbar finden würden, wenn irgendein, äh, irgendein Milliardär zu Unrecht 100 Millionen, äh, entzogen werden, die dann an solche Organisationen gespendet werden. Aber es hat, also, hat einfach was unglaublich Befriedigendes. Auch, dass quasi, sie haben ihn zu Ende gefoltert, quasi, er hat ihr gesagt, äh, er hat ihnen gesagt, was er macht und dann drückt Kimiko trotzdem noch drauf, weil natürlich, äh, gehen die 100 Millionen an Black Lives Matter. Ja, und wir erfahren ja auch, dass Tech Knight erzählt, dass er für Homelander, äh, so Gefängnisse oder Internierungslager halt irgendwie erbaut hat oder dass da Leute halt festgehalten werden, Dissidenten. Das ist, glaube ich, noch eine Information, die nicht unwichtig ist. Also ich habe so verstanden quasi, dass dieses, äh, Gefängnis, also diese private Gefängnisse, das ist ja, also das gibt es ja in vielen Themen. Ich weiß gar nicht, wie sehr das in den USA schon, ob das gang und gäbe ist, aber dass ja, also, ne, dass in den USA die schwarze Bevölkerung eine deutlich höhere Gefahr hat, im Gefängnis zu landen, etc. pp. und auch da deutlich anders behandelt wird, wird hier nochmal irgendwie verbittert genutzt. Und dann halt die, dieser Next Step quasi, Internierungslager, politische Gefangnisse, also da sind wir wirklich völlige Verabschiedung von jeglichen, was irgendwie noch annähernd demokratisch ist, ja. Ja. Und das macht dann auch mal wieder so ein neues Fass auf, ähm, was echt spannend ist. Ähm, man kann aber ja sagen, dass die Kellerszene dann auch damit endet, dass Elijah, also der Alfred von Tech Knight, dann ihn erwürgt. Und, äh, dann wollen sie ihn halt kurz aufhalten, dann erklärt er halt irgendwie, dass er schon so viele Jahre für den gearbeitet hat, aber irgendwo ist auch mal gut. Ähm, und ich finde das Bild so schön, wenn sie dann hochfahren mit dem Fahrstuhl und die Fahrstuhltür schließt, das Letzte, was sie sehen, ist halt dieser etwas ältere, dickere Butler, der den gefetzten Tech Knight erwürgt. Und daneben steht halt dieser Ex-Sidekick im roten Latex, der so liebevoll noch so zuwinkt. Und ich, ich weiß, ich glaube, dass sie nicht wieder aufgegriffen werden, aber ich finde es schön zu wissen, dass vielleicht irgendwo da, äh, in der Welt von The Boys ein neuer Superheld rumläuft, nämlich roter Latexmann, der vielleicht ein besserer Held ist als Tech Knight, wer weiß. Auf jeden Fall, und da merkt man ja nochmal, ne, so sehr die Serie vielleicht gegen alle möglichen Leuten tritt, da merkt man halt die Haltung hinter der Serie und auch den MacherInnen, ne, also das ist halt eine Serie, die ganz klar halt Faschismus, Populismus, also die politische Rechte angreift und eigentlich auch hier auf eine sehr schön so befriedigende Weise fertig macht. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich habe in meinen Notizen noch zwei Sachen gesehen, die wir vielleicht noch kurz erwähnen können, die aber schon zu, äh, Blöcken gehören, die wir schon abgearbeitet haben. Mhm. Und zwar, zum einen fand ich es sehr amüsant, wie Kimiko A. Twain erklärt, was sie von ihm verlangt, nachdem halt, äh, mal was mit einer Panikattacke umgefallen ist und alle glauben, das ist irgendwie ein Herzinfarkt oder so. Ähm, das ist halt interessant, wenn sie so die Bücher sucht, um so den Titel ihm klarzumachen, was er tun soll und, ähm, was ich wirklich eine schöne Szene fand, A. Twain, wir kennen A. Twain, der macht's halt, aber muss ihn immer mehrfach bitten, ja, und er liefert halt eben Mother's Milk am, ähm, ähm, Krankenhaus ab und an diesem Krankenhaus steht so ein jüngeres Kind, ähm, weiß ich, Männlein, Weiblein, vollkommen egal und sie lächelt halt oder, äh, oder dieses Kind schenkt halt A. Twain ein Lächeln und da, es war ein kleiner Moment, aber ich hatte das Gefühl, okay, da merkt er wieder, was, was für ein gutes Gefühl es sein kann, ein Superheld zu sein, weil er wirklich gerade was Gutes getan hat und für mich macht das so nochmal ein bisschen mehr die Hoffnung, dass es vielleicht wirklich so ist, dass wir diese Staffel damit vielleicht enden lassen, dass A. Twain vielleicht wirklich offiziell zu den The Boys geht oder aber Theorie für die letzte Folge dieser Staffel, dass wir uns vielleicht endgültig von A. Twain verabschieden müssen, weil er vielleicht auch uns unvorsichtig wird, denn er sagt ja, er möchte nicht gesehen werden, wenn er das tut und er wurde ja gesehen. Wie siehst du das? Ja, total. Also ich finde das auch schön und das ist ja super spannend, weil er so eine super widersprüchliche Figur ist, die ja vielleicht, wenn man sich so die ganzen Seven, also die großen Supes anguckt, vielleicht neben Queen Maeve so die einzige, in Anführungszeichen, gute Figur war oder wo man zumindest, gut, natürlich Starlight, aber die hat sich davon losgesagt, wo man halt merkt, die haben, glaube ich, tatsächlich den Anspruch gehabt, mit ihren Kräften was Gutes zu bewirken und dann sind sie halt in diesen Komplex reingekommen und während Queen Maeve, ja, das anders gelöst hat, ist er da ja wirklich lange drin, glaube ich, hat sich einfach aufgegeben und gesagt, gut, ich versuche halt irgendwie zu überleben und das Beste für mich rauszuziehen und jetzt, ne, ist wirklich dieser Moment, kann er nochmal ein Held sein, also wirklich, das ist ja fast so ein, also das ist ja so ein idealistischer Moment, wie wir es dann eigentlich aus nicht Superhelden-Satiren kennen, sondern, äh, aus, ne, Marvel, DC, etc. pp. Und das, wie gesagt, ich bin echt gespannt, weil ich glaube wirklich, dass diese Staffel, also ich bin mir sehr sicher, diese Staffel wird nicht, äh, mit einem Ende enden, dass irgendwie was abschließt, ich glaube wirklich, weil wir ja wissen, Staffel 5 wird die letzte sein, dass das mit einem großen Knall enden wird in zwei Folgen, ähm, und ich glaube wirklich, dass es ein böser Knall wird und aktuell steht H-Wang gerade ganz weit oben auf der meiner Liste der potenziellen Opfer, nenne ich es mal, was ich schade fände, weil H-Wang ist eine komplett interessante Figur, aber ich glaube, dass er jetzt am Ende der Staffel H-Wang draufgehen wird, als etwa ein Billy Butcher. Total, genau, weil auch, ne, die, die Bösen wissen, dass nicht, ähm, wie heißt der, wie heißt nochmal der Moderator, ich vergesse seinen Namen. Coleman. Genau, das, also, ne, sie wissen ja, dass er nicht das, das, das Leck war und dann, da müssen sie halt noch, noch suchen und es gab ja, also, das ist jetzt ja auch nicht so, dass das sonderlich subtil, also, er hat schon versucht, das, äh, zu verbergen und bis jetzt hat's geklappt, aber ich glaube, wenn man sich umguckt, wer könnte es denn in den hohen Regen sonst sein? Ja. Gut, also, im Zweifel Black Noir bringen sie halt einfach um, weil der eh nur ein Schauspieler ist und The Deep wird's nicht sein und dann ist, glaube ich, schon relativ die naheliegende Antwort, ja, dann ist es wahrscheinlich A-Train, ja. Was hingegen wieder dafür spricht, dass A-Train vielleicht doch überlebt, ist halt, dass Sister Sage jetzt dieses Handicap hat, weißt du, weil die, also, die war mir immer auf den, auf, auf der Schliche, aber immer auch so auf die Art und Weise, wo ich denke, wenn du wirklich die indigenzische Person der Welt bist, müsstest du doch schon vor gefühlten 23 Stunden gemerkt haben, dass A-Train irgendwas, irgendwas verbirgt oder irgendwas nicht richtig mit ihm ist. Mhm. Ja, also, es, es bleibt spannend. Auf jeden Fall, aber ich denke auch wie du, das, das, also, es wird, es, es wird eher schlimmer, bevor es besser wird. Ja, definitiv, definitiv. Und ich bin echt gespannt, was jetzt noch kommt, weil jede Staffel von The Boys hat ja immer so diese, so, 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 minimum so zwei, drei Momente, die man nicht vergisst. Also, zum Beispiel die legendäre Flugzeug-Szene in der ersten Staffel. Wir hatten jetzt in der, in der aktuellen Staffel hatten wir halt diese Keller-Szene mit Homelander. Ähm, aber. Die Keller-Szene jetzt. Szenen, genau, irgendwie mit Homelander. Ja, aber mir fehlt halt noch so ein bisschen so, ah, ja, ich, ich erwarte noch einiges und ich hoffe vor allem, dass sie jetzt in den nächsten zwei Folgen irgendwie einen Weg finden, Franchi mal wieder zu reaktivieren, weil ich mag Franchi eigentlich ganz gerne. Gerade eben halt Zusammenspiel mit Kimiko. Ähm, und wenn ich tatsächlich einen großen Kritikpunkt an dieser aktuellen Folge Schmutzige Geschäfte habe, dann, dass ich es schon schade finde, dass sie, ja, Franchi so komplett außen vor lassen. Denn als Franchi-Fan war ich da, fand ich das schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, ehrlicherweise sagen. Voll. Ich finde, man merkt halt nicht nur den einzelnen Folgen, sondern bis jetzt auch der gesamten Staffel, die endet halt noch nicht. Also ich finde, da waren andere Staffeln, also Staffel zwei und drei waren da eher fokussierter, weil sie quasi diesen Antagonisten, beziehungsweise die Antagonistin in Staffel zwei der Staffel hatten und vor allem darum geht's, ne. Also wir hatten Stormfront und Soldier Boy, die so irgendwie prominente Gegenspieler waren. Hier wird jetzt sehr viel aufgebaut und ich hab auch schon das Gefühl, hier wird wenig beendet. Was, ähm, was wahrscheinlich dann hoffentlich in einer wunderbaren, äh, fünften Staffel, ähm, äh, kumuliert. Aber hier merkt man schon, es passiert hier halt noch nicht so viel. Ja. Aber, ähm, ich muss auch grad nochmal an die Szene denken, wo Newman hält ihre Rede und dann nicken sie sich und Sister Sage mehrmals zu. Aber das war so lustig, weil man kurz denkt, okay, Sister Sage ist wieder da und Newman denkt das auch und dann merkst du, nee, Sister Sage nickt und nickt und hat auch immer noch den Kuchen in der Hand und sie ist immer noch völlig, äh, von jenseits. Welche Szene aber auch noch wichtig ist, äh, sorry, wenn ich so springe, aber es gibt diesen einen Moment auf diesem, auf diesem Treffen, wo Newman mit so einem Politiker redet und sie sich dann fantasiert, dass sie sich selbst den Kopf wegsprengt, weil sie es so langweilig findet. Und das ist, das sagt ja auch viel über diese Figur aus, dass sie halt wirklich diese Macht möchte, aber eigentlich hat sie keinen Bock auf diese ganzen, ja, auf diese Arschkriecherei. Und ich bin auch mal gespannt, weil wenn Homelander zu viel Macht hat, kann ich mir ausmalen, was passiert. Bei Newman, wenn die zu viel Macht hat, das, das, das könnte in diverse Richtungen ausarten. Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt, was da noch passieren wird. Ja, das wird halt auch spannend, weil, also, Homelander wird nicht wollen, dass Newman Macht hat, Newman wird nicht wollen, dass Homelander Macht hat, dann haben wir halt eventuell noch Sister Sage, falls sie ihre Kräfte wieder, äh, haben will. Und die will auch Macht. Das sind also alles auch schon, die kämpfen irgendwie alle gegen die Boys, aber die werden unter, also, die werden auch sich gegenseitig nicht einfach sagen, ja, dann dreh dich halt zurück und überlass dir die, äh, die Position. Vielleicht ist es jetzt so, durch das Handicap von Sister Sage, dass wir jetzt erst merken, dass Sister Sage im Prinzip alle schon so drauf, äh, getrimmt hat, dass es zu einem Konflikt zwischen Newman und Homelander kommt und sie sich quasi gegenseitig zerfleischen. Und am Ende halt, wie gesagt, Sister Sage da die lächelnde Dritte ist, aber, wie gesagt, wenn die halt weiter in ihr Hirnproblem hat, dann, äh, ui, das könnte spaßig werden. Aber ich meine, also, rein aus so einer ihrer subjektiven Perspektive, aktuell ist sie sehr glücklich. Auf jeden Fall, also, ich wirkte nie glücklicher, das muss man sagen. Also, man sagt ja immer, dummen Menschen geht es immer gut und, äh, ja, nach dem Schuss im Kopf, äh, bestätigt sie diese These. Ja, so glücklich war sie das letzte Mal zusammen mit Dieb, als sie, was waren das denn, frittierte Zwiebeln oder so was gegessen haben? Ja, 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 hm, gut. Also, ich hab nichts mehr tatsächlich, ähm, wir können gerne, wenn du willst, zu einem Fazit kommen. Dann machen wir das doch, Stu, was ist denn dein Fazit? Also, äh, wer letzte Ausgabe gehört hat, hat vielleicht mitbekommen, dass wir alle so ein bisschen ernüchtert waren, was die fünfte Folge angeht. Äh, die sechste Folge jetzt wieder, hat mich doch wieder frohen Mutes gestimmt, es, äh, wird wieder viel aufgemacht, aber sie war unglaublich kurzweilig, ähm, sie schaffen es, trotz weniger Handlungsorte viel zu erzählen, äh, es gab ein paar Überraschungen und wie gesagt, Sister Sage kriegt einen Kopfschuss, äh, M&M, M&M, heißt der Mann, äh, hat eine Panikattacke, die aussieht wie ein Herzinfarkt, ähm, Homelander wird damit konfrontiert, dass er nicht die mächtigste Person ist aktuell, da passierte ganz, ganz viel, aber sie haben es gut unter einen Hut bekommen und während in der letzten Woche die Folge halt so war, dass, wenn ich sie gebinged hätte, vermutlich gesagt hätte, okay, es ist interessant, wie es weitergeht, aber ich brauche jetzt eine Pause, habe ich jetzt wirklich richtig Bock auf die nächste Folge, weil alles ist möglich. Das ist das Gute, was diese Folge mir hinterlässt, dieses Gefühl, das, dieses Gefühl einfach zu haben, in Folge Nummer sieben, ne, sechs, ne, welche ist nächste Woche? Sieben, ne? Ja. Ja, ich und Mathe, sorry. In der nächsten Folge, in der vorletzten Folge dieser Staffel ist alles möglich und das mag ich, wenn du das nach vier Staffeln immer noch hinbekommst, von daher von mir als Schulnote, ich gebe ne zwei. Was sagst du? Geht mir ähnlich, ich finde das sehr schön an dieser Folge, dass sie den Mix schaffen aus wirklich dieser platten, plumpen Provokation, die The Boys ja immer schon hatte, sowohl von der Gewalt her, aber halt auch immer sexuell, verbinden halt immer auch mit der politischen und auch mit der radikalen politischen Aussagen, also ne, das schaffen ja vielleicht sonst, weiß ich, im Serienbereich die besten Folgen vielleicht von South Park, dieser, dieser platte Humor verbinden, also auch so ein provokativer Humor verbinden mit, 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 mit auch provokanten politischen Aussagen und auch wirklich, also Humor war hier wirklich wieder on point, das ist auch allgemein, muss man halt sagen, selbst die schwächeren Folgen von The Boys, die sind immer super produziert, die sind toll geschauspielert, die sind gut geschrieben, da gibt es ja wirklich nichts zu meckern, das ist ja immer noch, es ist immer meckern auf hohem Niveau und das ist einfach schön zu sehen, hier eine Serie zu sehen, die einfach zumindest auf einem Mindestmaß von Niveau immer abliefert und wahrscheinlich ja, ich meine, wir haben bis jetzt noch gar nicht gegen eine andere aktuell, also wir haben noch keine, die andere aktuell laufende Hype-Serie angesprochen, die natürlich nicht so gut ist wie The Boys. Ach hier, du meinst die Acolyte. Ach so, ich, ich, ich dachte diese Serie mit den, mit den Drachen. Äh, die Dinos, die ist doch schon längst eingestellt. Ach Dinos, äh, Krokodile? Ach, du meinst hier, ach hier, du meinst House of the Incest, ja, 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 ähm, ja, ähm, stimmt, da müssen wir eigentlich nochmal irgendwie ein bisschen fäden gegen, gegen diese komischen Typen, die da bei uns die Recaps machen und die auch immer dreimal so lang sind wie unsere The Boys Recaps, obwohl in der Serie an sich nichts wirklich passiert, außer, dass da Leute sich unterhalten und alle gleich aufsehen und gleich heißen, aber gut, ne, ja. Könnt ihr gerne reinhören in die Recaps. Ja, aber, aber eigentlich in der Kürze liegt die Würze, sagen wir, die jetzt eine Besprechung gemacht haben, die einfach genauso lang ist wie die Folge. Boom! Genau so, deswegen werden wir jetzt auch hier abmoderieren. Äh, vielleicht noch als kleine Warnung, äh, an dich, äh, lieber Johannes. Äh, ich muss mich jetzt leider auch ein bisschen sputen, weil ich hab Scherf versprochen, ich mach seinen Keller sauber. Und ich möchte nicht sagen, was da alles zu sehen ist. Ui, wir haben, ui, 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 also, wir wünschen dir Kraft. Koto, danke. Das stimmt, das muss man sagen, also, Rosanna wurde on point eingesetzt. Ja, das stimmt allerdings. Okay. Also, ähm, ich mach mal einfach einen Anfang. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Teleshop, das gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Ausgang haben, meine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Ihr könnt auch gerne auf tele-stammtisch.de slash Discord gehen, da findet ihr unseren Community-Server auf Discord, da könnt ihr uns Feedback geben, Anregungen, könnt ihr mit den letten Leuten reden oder mit Johannes und mir, wie ihr wollt, alles möglich und ja, checkt das mal aus und ich freue mich auf nächste Woche, dann vielleicht wieder mit Chef Andi, wenn er denn Zeit findet und aus seinem Keller rauskommt. Wenn du aus deinem, äh, aus seinem Keller rauskommst, auch aus deinem, ich weiß ja nicht, was bei dir da, ähm, zu Hause abgeht. Genau, du hast, du hast alles schon gesagt, es hat, es gab auch schon Feedback zu den, zu uns, zu unserer letzten Recap-Folge, es hat mich, hat glaube ich, hat uns super gefreut, also auch gerne, wenn ihr irgendwie Theorien habt und sagt, Entschuldigung, wie konnten es du und Johannes denn jetzt vergessen, dass Homelander noch das und das vielleicht auf dem Schirm hat oder ihr andere Überlegungen habt, was noch so passieren könnte, haut das gerne raus, äh, das, äh, da bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf und ansonsten natürlich, Stu, es war eine, es war mir eine größere Freude mit, äh, eine Freude, 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 ah ja, 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 also nochmal, es war mir eine größere Freude mit dir aufzunehmen, als, glaube ich, Ashley im Keller hatte. Ich weiß, was es bedeutet und, und, äh, vielen, vielen, vielen Dank und noch eine Sache, wenn wir hier irgendwelche Fehler hatten, die haben wir extra eingebaut, damit ihr darauf reagiert, so gut sind wir. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit, ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen, also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail, sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Andi.